Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4, meine lieben Freunde. Ich bin der Onkel und weiter geht's hier an der Stelle. Wir haben gestern im letzten Park diesen Funk hier betätigt und jetzt greifen diese kleinen Drecksäcke uns an. Wir dachten, die sind freundlich gesinnt, aber das sind sie nicht. Okay, wir haben das Problem. Keine Ahnung, wo die genau kommen. Ach verdammt, okay. Ein Stück von dir geben. Wo hat das super funktioniert? Bring die Sprengladung an. Bring die Sprengladung an. Weiter. Weiter. Das Messer ist getobt. Jetzt wird dein Blut fließen. Ich weide dich aus. Okay. Ja. Im Teil der Jedis. Nicht Jedis, Yetis. Nächstes DLC aus, was wir hier gerade machen. Und sterben. Okay. Ich hätte vielleicht die Schrottflinte nehmen sollen oder so. Aber egal. So, nochmal. Wir greifen die Station von Norden aus an. Da. Dann ist schon der Oster. Okay. Okay. Na komm. Okay. Ich greife mich jetzt, glaube ich, schon nacheinander weg an. Ich steche dir die Augen aus, fremdlich! Ich verfüttere dich an einer Wachten! Komm schon. Wo ist dieser Sack hin? Wir greifen die Station von Süden aus an! Können sie ja machen. Mann, hier gibt's überall ja. Da oben kommen sie. Das Messer ist gezogen. Jetzt wird's! Einfänglich! Herr Lung, empfange mich! Bringt die Sprengladung an! Ich werde dich zerfleischen! Ich sterbe ohne Schande! Naja. Das ist gut. Ja. Ja, muss man hier einen Teil der Yiddies etwa, äh, 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 äh. Gegen Wellen entertaint. Ich weide dich. Ich gehe jetzt in die Dunkelheit. Komm, 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 komm. Das ist jetzt ein ehrenhafter Tod. Ja, ja. Shit. Okay. Woop. Woop. Ah ja, shit man. Woa. Woa. Woop. Nee, ich glaube, ich habe ja gar keine Pfeile mehr, deswegen ist es schon ganz gut, wenn wir den nehmen. Warum kann ich den nicht durchsuchen? Der schießt aber gut vorbei. Okay. Bring die Sprengladung an. Hammers. Erste Nacht beendet, okay. Okay. Neue Relaisstation Upgrades werden. Im Handelsposten, mhm. Das Talakon, du kannst jetzt das Talakon, du wirst Upgrade Aufgaben stoßen, mit denen du die Verteidigung in Relaisstation aufrüsten kannst. Jumos Expedition hat viele mächtige Waffen zurückgelassen, die du zündest. Aha. Okay. Gucken wir mal. Achso, das war jetzt hier. Verkaufen. Klar. Nördliche Befestigung. Eine Befestigung an der Nordseite, die eindringende daran hindert, die Relaisstation zu betreten. Okay. Was passiert da jetzt? Ah, okay. Ein Zaun drum herum gebaut. Mhm. Darauf anpassen. Ähm. Nördliches Minenfeld, westliches Minenfeld. Okay, jetzt haben wir hier ein Minenfeld. Also man kann hier die Basis wahrscheinlich richtig gut ausbauen. 7000. Ähm. Ich würde trotzdem gerne Feier und Bogen mitnehmen. Danke. Nicht genug Geld. Okay, jetzt müssen wir mal auf die Karte gucken. Bloß eine kleine Karte. Aber man kann hier noch definitiv... ...ein bisschen was holen. Upgrade-Aufgabe. Entführen sich die Fracht-Tracker hier. Ja, machen wir das mal. Kann ich denn irgendwas wieder herstellen? Okay. Nee, Fertigkeiten. Okay. Ähm. Tod von unten. Messerwurf Takedown. Sehr gute Konditionen du hältst. Ja, das machen wir. Ich hab sieben Punkte. Ja, das ist immer gut. Mal pumpen uns erstmal die Energie auf. Das ist schon tausendmal besser. Okay, den können wir noch ausnehmen. Okay. Würde ich sagen. Machen wir uns mal auf den Weg. Bist du da? Ja. 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 Wir brauchen erst mal wieder Geld, deswegen muss ich zusammensammeln. Wow. Der Gerät ist ganz schön laut. Und dann da jetzt wieder. Jagd, selten und ledige. Er ist gut nach hinten. Meine Fresse. Okay. Mein Kontrollofler. Ein bisschen abfassen. Alter. So. Dann haben wir dieses Spiel. Dann haben wir noch eine Fertigkeit. Gerät ist speziell in der Geschwindigkeit, die du Dinge reparierst. Nashornhaut. Bewegliches Ziel. Okay. Weiter geht's. Wow. Okay. Dann haben wir den hier so. Oh, come on. Dann haben wir eine Waffe gehören. Wo ist der denn? Wo ist denn die Kiste? Wacht auf. Dann gibt's Jax. Sollten wir mal hingehen, glaube ich. Okay. Krass, mit dem Winter hier. Das ist schon ganz cool. Okay. 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 das das ein toter gewesen Ah! Oh! Okay. Okay. Boah, bin ich da schocken. Okay. Dann wollen wir... Boah. Boah! 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 Boah, 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 boah! Ui, ein scheiß Scharfschütze. Und dieses Jacken natürlich noch. Ich muss mich, glaube ich, mal kurz um das Jacken kümmern. Damit ich hier in Ruhe... Komm schon. Ah, fuck. Alter. Okay, wir werden uns jetzt unter den Baum verstecken. Das wird die Energie erfüllen. Das wird ja hier gar nichts. So, vorrücken. Oh, 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 oh. Ah, shit, man. Da. mann ich habe doch hier vorne die Jacke killt, wo ist das hin ich habe mich voll im Visier, der Arsch meine Fresse ich habe den Drecksack meine Herren war jetzt kaum schwer wo der auf einmal einen Pfeil im Arm herkriegt so liebe Freunde das war es auch schon wieder für den Part hier dann würde ich sagen sehen wir uns morgen wieder ne Quatsch nicht morgen wir sehen uns beim nächsten Part wieder vielen Dank fürs Zuschauen und Ciao